Es ist ein Geschenk, wenn man älter werden darf, und dennoch wird mit jedem Geburtstag, insbesondere im letzten Drittel des Lebens, das Thema Tod immer präsenter. Wer keine Angst vor seinem eigenen Ableben hat, ist der Amigos-Sänger Karl-Heinz Ulrich. E. Er ist 75 Jahre alt und musste 2023 einen Schwächeanfall verkraften. Ansonsten schlägt sich der Musiker gesundheitlich aber wacker, steht mit seinem Bruder Bernd Ulrich, 73, regelmäßig auf der Bühne. Kürzlich traf das neue Blatt Karl-Heinz zum Interview, und das Thema Tod kam in diesem zu Sprache. Auf die Erwähnung von dem Medium, dass Männer in Deutschland durchschnittlich 78 Jahre alt werden, reagierte der Amigos-Star überraschend. Dann habe ich ja noch drei Jahre, das ist okay. Reicht doch. Ich kann auch mit 78 von dieser Erde gehen, wenn ich dann nicht leiden muss. Ulrich blickt dem Tod nicht ängstlich entgegen. Er hat hingegen viel mehr Angst davor, irgendwann auf Pflege angewiesen zu sein. Ich weiß nicht, was ich dann genau täte. Klammer Punkt 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 Klammer. Aber Tabletten zu nehmen, wäre eine Möglichkeit. Es sind erschütternde Worte des Sängers. Dennoch gibt es glücklicherweise keinen Grund für solche Gedanken, denn Karl-Heinz erfreut sich bester Gesundheit, und plant mit seinem Bruder noch lange auf der Bühne zu stehen. Denn, Konzerte sind mein Leben. Musik ist mein Leben. Mutmaßlich ist das Thema Tod auch derzeit so präsent bei Karl-Heinz Ulrich, weil er sich im Januar 2024 von seiner geliebten Ehefrau Doris verabschieden musste. Er und seine Liebste waren 44 Jahre miteinander verheiratet. Ohne Doris hat sich das Leben des Amigos-Star komplett verändert, womit jener auch immer noch lernt, klarzukommen. Zu Bild sagte er, das ist alles nicht einfach für mich. Doris hat immer so viel für mich gemacht. Auch den ganzen Haushalt geschmissen. Ich muss jetzt alles lernen. Wie die Spülmaschine funktioniert, wie die Waschmaschine geht. Glücklicherweise steht ihm seine Familie, allen voran sein Bruder Bernd und sein Sohn Mario zur Seite, um den Musiker in dieser schweren Zeit zu unterstützen. Musik Musik